Jo. Hallo! Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde Penis. Das lassen wir jetzt einfach so im Raum stehen. Genug geschwiegen. So, Norm spielt Nidali Support, und ich spiele Ezreal, Also Adogyri. Jaja, viele finden ihn voll schön den Champ. Keine Ahnung wieso, ich finde ihn voll cool. Ich hab den aber vor lange nicht mehr ohne Spin gespielt. Hast du das jetzt eigentlich auch mit der goldenen Lebensanzeige? Ja. So bei WC-R-O-Rong schon. Ja, geil. Okay. Ding, Kuchen, Heildrang, Heildrang. Oh nein. Boop. Wrong mastery. Hast du den Regen? Ja, egal. WC-R-O-Rong. 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 So das denn, Alter, nur weil der da rumsteht? Wäre ja deshalb, da. I can do this. Der schnellst der Spieler am Licht fällt. Nali. Was sie für'n Speer hat, Alter, weißt du das einfach fast doppelt so, wo sie die... drück mal tanzen. Dann tanzt sie an dem Ding. Ja. Kenn ich schon. Für die Zuschauer ein bisschen Strip-team. Strip-team, sti-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Minions have spawned. Over here! Mit dir. Hier den Weg zeigen. Voll so. Oder? Alter, was ist denn hier los? Hier ist noch nicht mal einer. Und ich dachte ich kann schon mal da so durchschießen oder so. Guck mal, cool. So. Ja, Jinx ist auch erst Level 21, also sollte das kein allzu großes Problem sein, da ich jetzt so behindert starte. Aber noch bitte keine Lastwits nehmen, lass mich einfach farmen. Ja. Nein! Ey, da war einer. Werfen Speer. Habe ich. Alter, der macht wenig Damage, ne? Ja, kein Ding, aber... Boah. Scheiße. Loll. Der hat so viel Damage jetzt gemacht, ohne Witz. Ja, lass einfach. Einfach aufhören anzugreifen. Einfach nicht angreifen, Norman. Norman, nicht. Aber dann sind wir langweil. Egal. Hey, Schock. Warum greift die denn an, Alter? Weil die irre ist. Norman. Ich hab ne neue Fähigkeit. Was soll ich nehmen? B oder E? E. Oh, schon fast down, Alter. Easy. Easy. Norman, bitte nicht angreifen, ja. Mann, ich will doch aber angreifen. Ja, aber... Gold krieg's pro Sekunde und so. Dodo. Ja, geil. Geht mir ja ja Schaden, Bitch. Mach ich Stripteal to longer? Ja. Der, 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 der. Ach, ich will den... Alter. Boah, Junge, wie scheiße das ist mit so wenig AD zu farmen, ne? Ich bin halt nur geworfen. Was macht nochmal meine W, so ne Falle einfach mal. Die kannst du da in den Buschrechner stellen. Habe ich schon. Nicht in den... in den anderen. Den da oben? Ja. Oh, da bin ich fast reingelaufen. Platzier mal meinen Ward da oben, lieber. Ich will auf jeden Fall diesen Jägerinskin da haben, Alter. Ich mag halt den immer. Oh, der ist bestimmt voll geil, oder? Ich stell mir da richtig geil vor. Ich finde ihn jetzt nicht so geil. Nein? Ich finde den Snow Bunny Nidalee oder Leoparden Nidalee viel geiler. Leoparden Nidalee? Ja. Scheiße, ich treffe den immer nur am meisten einmal oder so. Ja, klar. Öfters kannst du ihn auch alleine nicht treffen. Ah, du hättest Jinx versucht zu treffen, dann hättest du die gekillt. Ja, aber du kriegst doch Kälte oder nicht? Ja, du auch. Wenn ich, da wär ich ja nicht dran gekommen. Ja. Aber egal. Wie dominieren die auch so? Ich hab noch nicht einmal Damage von dem bekommen. Ich schon ein paar Mal, aber... Oh, Vorsicht, da kommt die. Werf mal da nen Speer rein. Da oben? Ja. Einfach Speer reinwirfen. Je mehr Entfernung der Speer übrigens hat, desto mehr Schaden macht der Speer, ne? Da hab ich mal wieder was dazu gelernt. Oh, nein. Bash Hunter makes them play. Ne Falle rein. Mann. Wo? Ja, in den Busch. Da oben? Ja, ja. Wenn jemand kommt, dann werden wir ihn sehen. Bleibt die unendlich lang eigentlich? Ja. Ja. Aua. Oh, erstes Mal Damage. No. Hab schon kein Mana mehr. Ich will aufpassen. Kannste aber zurückgehen, wenn du willst. Gib nichts zurückgehen hier. Ey, wie hat der mich denn jetzt getroffen? Kannst du mir erst mal erklären? Scheiße! Erstes Mal Speer daneben. Aua. Ja, okay. Ich geh back. Du kannst... Wie viel Gold hast du? 500. Ja, dann fahren wir jetzt mal ein bisschen. Aber bleib sicher, ne? Bleib safe. Fahren einfach. Alles safe hier oben. Oder du kannst hier auch backpornen und dir ein Item kaufen. Was für dich irgendwie ziemlich nützlich ist. Wie weit fliegt der Speer eigentlich? Siehst du doch. Achso, ne hast du ja nicht an, ne? Ne, hab ich ja nicht an. Mach mal mit der Maus. Klick mal auf das Symbol von dem Ding mit der Maus. Dann siehst du wie weit der fliegt. Ah, okay. Mach mal Backport. Geh du mal back. Warte, warte. Einmal Jinx noch hauen. Scheiße! Ich passe das. Ich bin ja gleich da. Mach du Backport und dann sag ich dir welches Item du dir kaufen sollst. Kann ich, kann mir noch nicht kaufen. Doch, doch. Ein Item. Ja, das kaufst du dir als Supporter immer. Als AP Support. Weil dann kriegst du Fähigkeitsstärke und Gold pro Sekunde. Wie heißt das? Ähm, das heißt, warte, auf Englisch heißt das. Warum stellst du das nicht auf Deutsch was? Darum. Das ist nur ein blauer Dolch, der 365 Gold kostet. Dolch. Dolch des Zauberdiebs. Ja, das kann sein. Äh, 5 Fähigkeitsstärke, 2 Mana Regards, wenn er will. Plus 2 Gold, alle 10 Sekunden. Soll ich den dann auch verbessern? Wenn es schon geht. Ja, kann ich noch nicht. Ja, aber den baust du komplett aus. Aber nicht als erstes, aber den baust du auf jeden Fall komplett aus. Ja. Äh, D. Erschöpft einen ausgewählten Gegner. Vorsicht, ne? Ja, ja. Klingt jetzt schon wieder Barriere raus. Hab ich gesehen. Guckt der ja zu. Denkst du, ich krieg die gekillt, wenn ich die gleich von denen abwerf? Oder kriegst du ne? Ich krieg die gleich noch. Ich muss nur einmal, ich muss nur meine Ulti kriegen. Genau jetzt. Ja, hol rein. Nein. Oh Gott, nein, das Damage. Kannst du mich mal heilen? Okay, noch nicht so stark, aber egal. Kommt noch. Ja, das heilt sich ja. Ich kann ja mehrmals heilen, nicht nur einmal. Ja, aber je mehr Fähigkeitstärke du kriegst. desto stärker wird das ja. Kannst du mal ne Falle rein platzieren nochmal? Einfach voll mit Fallen schnell. Danke. Ich wundere mich schon, warum ich rote Hände krieg, aber das ist durch dich durch. Wenn du mich heilst, dann krieg ich ja mehr Angriffstempo dazu. Okay. Warum hat meine so... Das sieht so aus, als würde die rennen. Siehst du das bei mir? Ja, das ist deine passive Fähigkeit. Wenn du im Büschen bist, wirst du schneller. Ach klar, so ein kleines Gollum, Alter. Lol, der Spell-Shield. Hat die jetzt schon eingesetzt? Nein, nein. Das ist von Morgana ne Fähigkeit und wenn du jetzt zum Beispiel ne Fähigkeit hast, die die festhält, wirkt die nicht. Alter, was du denn? Das ist meine E. Ich kann mich so teleporten. Ich bin ein Jumper. Werf mal deine Kuh. Okay. Oh Gott! Was machst du denn die? Ja, weil ich dachte, ich traf die. Norm, werf deine Kuh hin, werf deine Kuh hin. Los, deine Kuh hin. Deine Kuh hin, schnell! Na, die ist schon weg, schade. Oho, da wollte die Katharina an unsere Ganken kommen. Ja, hab ich gesehen. Attack that bitch. Haha, meiner. Ah, Norm, das Spiel ist doch schön, ne? Das läuft gut. Ja, wenn ich wohl. Aber ich hab meinen Mord wieder. Ja, aber nicht da platzieren, da hab ich schon. Dann oben mehr, ne? Da kommt die... So, hab ich's ne. Sollen wir raus? Nö. Warte. Lol, hier ist schon Level 8, ey. What the fuck? Oh, jetzt sind hier wieder drei. Ja, aber die gehen ja gleich weg. Fuck! Oh fuck, Norm, du bist tot. Nein, bin ich nicht. Flash! Heil dich! Nein! Ja, das war ich gar nicht. Goddammit! Sorry. So, was geht denn da? Party, ey. Morgana hat noch mal volles Leben. Oder so oder so. Ja, ich bin nochmal da, ne? Jetzt bin ich wieder weg. Michael! Gib keine Kills für andere hier. Ah, ich bin mir Eiltränke, komm. So. Na, ma, ma. Good job, haut da rein, ich wird KS-Schreibe. Ja, es gibt doch nette Spieler, ne? Echt mal, ey. Das sind halt die Mongos, weißt du? So oft kill scheißen. Ja, was ist denn da? Ach so, der soll ich weg. Ich hab es nicht verbissen. Biestig, Junge! 2600 Gold. 80. Ich hab diesen Dolch jetzt. Sieht doch nicht schlecht aus. LOL, ich hab mir eigentlich noch ein Buch. Ach so, das ist ja die Weiterentwicklung davon. Nee. Nee. Entwickelt sich zu! Jo. Ah, bin ich getroffen. Da sind wir bei dem Thema wieder ohne Klopfen reinkommen. Oder Klopfen und direkt drin sein. Ja, das ist immer so. Daneben, daneben. Sondermond und Sterne. What? Fuck. Boah, Junge, ich hab Jinx einfach mal die Hälfte der Leben ab. Das. Die Hälfte der Leben. Ja? Wie sagt man das? Hälfte des Lebens abgezogen. Ja, mit dem Schwer. Ja, mit dem Schwer. So, noch jetzt. Wie viel da jetzt wird für mich gefallen, ne? Oha. Bloody hab ich gar nicht gesehen. Oh, ernsthaft. Jedes Mal. War am Kuh werfen, ne? Da hinwerfen. Wohin? Einfach hier. Da hinwerfen, oder da. Warum? Da schlittert keiner. Ja, vielleicht doch. Du siehst sie noch nicht. Platzieren wir kurz wo an, ne? Oha. Weil die Jinx hat einfach schon irgendwie... Jedes Mal ihren Summoner Spells, also hier Barriere und Flash eingesetzt. Ich noch bis jetzt irgendwie einmal oder so. Was hat das Damage? Ja. Oha, Norm. Good Job ey. Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Ah, die haben beide der Heft. Wie springt man? Nein. Mit W. Wie springt man mit der Ulfie? Mit W. Mit W. F***. 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 also juckt Masai, Alter, war klar, dass er kommt die Positionen abkangen egal, wenn die Gegner nicht... wenn die Gegner nicht... ich mein, Masai ist in der Mitte weg deshalb vorsichtig du hast ja genug Fallen überall und Pilze sind aufgebaut nee, hier hab ich noch nicht wo ist das? oh Gott, really? war's tot, ne? ja oh Gott scheiße scheiße scheiße, ich kann mit dem Wulg nicht spielen das ist ja nicht blöd, Alter ich weiß ja nie, wo was ist und so ich muss ja da mal merken uh, macht man einfach diesen Schlag auf W springt man, ne? ja ja E macht man nen Schlag irgendwie, wie die mir einfach den Arsch gerettet haben, die Leute ja ich muss mir W merken wieso? dann springt er weg mit dem Löwe da lol, verbraucht das kein Mana? was? als Löwe? ne, die Tigerform versprennt kein Mana das wusste ich mal ja, jetzt hast du schon wieder weg gelernt, ne? so viel lernen hier ja, fast wie in der Schule, ne? ja, fast wie in der Schule, ne? ja, haha hm nur, dass ich natürlich der beste Lehrer von allem bin, ne? Solo boah, wie ich einfach 48 Fähigkeitsstärke hab ich gelappen, ey maaaann Alter, ist das dein Ernst? was? Farina hier, Alter ich bin da, ich bin da, ich bin da ich spring sie an eh! und so spring ran spring ran mach Kuh Tiger weg und Kuh nein fuck sorry siehst du die? ja, klar hehehe 7-0 ist 8-0 mach halt du bist nicht schlecht noch, muss ich sagen hab schon schlechtere Spiele mit dir gehabt naja naja ja, trotzdem dass das immer voll ja, auf einmal so angreift einfach ja, auf einmal so angreift einfach so, Missing, wie wieder ich glaub diese eine da wie heißt sie? irgendwas mit M Morgana ja, genau genau oha oh lag hyping ein arm komm mal hin ja 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 ich hab mal eine Kuh aufziehen oder so lu ha 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 ich glaub die verkalken, Alter ich glaub danke ich käme mich jetzt hier hin, ne die kommen, dann geht's aus mal wieder die kommen nicht mehr, weil die Angst haben Mama ich hab Angst sehen die uns eigentlich dann hier? nee nee? außer die haben gewordet, ne bevor ich mal stark ausgehe hier? ja so, doch, da sind die lol wie, der ist nicht getroffen fucking kidding me ja enorm wenn wir reingehen, ne in so'n Kampf, ne musst du mich immer am Anfang direkt heilen am Anfang? ja damit ich direkt den Attack-Suite-Bonus krieg ok ooooh ich hab so wenig Leben, ne oha immer Alter, lass mich doch los ne klasse egal, den klatschen war, komm oh oder auch ne oh Gott, der hat Katarina egal, YOLO ja, wenigstens killen wir noch einen lol so kann, dass du das Erdjektchen eingezählt hast ja hab ich doch gesagt, wenn ich das sag mal jeder da auch nicht erst bin ich gut gleich, dann bin ich kommst legendär wir klatschen die doch klatschen, bewegen ja, ich seh coo boah diese die die sind so gut, ne unser Team ist einfach so geil, ne erst mal kriegt jeder die Rolle, die er haben will und dann sind die auch noch gut, ne Ja, selten. Boah, ich liebe das, ne? Schnell du bist einfach nur. Boah, langsam. Ey, ja, ja, ja. Wenn du jetzt durch Busche läufst, bist du halt noch schneller, ne? Wollte ich mal aufruhen, Alter. Wann die klatschen, was? Wann die klatschen, was? Hallo Jinxiii! Nimm! Boah, Junge, du machst so einen unnormalen Schaden, ne? Das ist so geil, ne? Jo, ist mega geil. Okay, One-Shot. Gut. Was? Du kannst jetzt auch mitfahren, übrigens, ne? Ich hab genug Farmen und genug Kills. Ich warde nur eben. Die... Sehen die die Fallen eigentlich auf dem Boden? Ja. Echt? Meistens werden die übersehen. Wollen wir neben dem Tower klatschen? Ja. Ja. Oha, scheiße Tower. Drecks Tower. Ist der Tower gerade frei? Ja, ja. Ja. Uuuuuh. Haha, Flashy schon wieder weg. Will die alles Flash einsetzt sein? Krass. Nee. Netter Tower. Ich sehe das Leben von dem gar nicht. Weg. LOL. Scheiße! Ich hab gefehlt. Fuck. Ich bin stehen geblieben auf einmal. Ja. Sicher. Ist doch gut. Du hast einen Assist bekommen. Ich hab einen Kill bekommen. Ist doch super. Oh, ich weiß. Ja, jetzt hab ich Rabo und Fudge. Dann... Oh ja, ich steh auf das Spiel, ne? Ja. Ich steh so hart. Irgendwie... Ich hatte... Ich hatte volland keinen Mob mehr auf das Spiel, ne? Weil ich das installieren musste. Hahaha. Ah, das Spiel ist geil, ne? Ja. Ja. Das ist jetzt schon, no. Wollen wir den anderen mal helfen jetzt? No, langsam mal, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, warum man das liest. Ja, der Zauberstab unten. Was? Neben deinem Bild ist so ein Zauberstab. Lol. 247. Hörst du nicht schlecht. Und wie viel Schaden macht deine Kuh, wenn du drauf willst? Äh, einfach mal drüber halten die Maus. Steht ihr dann da? Ja. 70 plus 102. Täter. Guck mal, ey. Jetzt gewinnen wir doch eben die Midlane für die, ne? Machen wir auch noch eben. Kein Ding für den King. Oh, das macht er je. Was will der machen? Wir haben ja gerade schon gelegt. Klatsche ich zu Not auch nochmal. Und daneben. Noll. Ich hab gar nicht so viel Leben gedacht. Ich hab dir wenig. Okay. So, jetzt hab ich Leben. Heilung voll. Oh, kein Problem. Komm, mach mal den hier unten auch nach. Norm, wenn du es nicht wusstest, wäre ich nicht mit meiner B treffe. Du kriegst ja auch Bonus-Attack-Speed. Okay. Fast Damage. Okay. Unstoppable Force. Jetzt muss ich kurz mal kurz weg. Okay. Jetzt muss ich kurz mal kurz weg. Oh, ich stehe so hart auf Ezreal, ne? Der ist so ein geiler Champ, ne? Habt ihr noch nie getrockt? Oh, ich... Der ist einfach der beste AD Carry, den es gibt, ne? Der kann sich teleporten, der hat Fähigkeitschecke, der macht unnormalen Burst-Schaden. Der geht rein, macht einen Kill und ist wieder draußen. Hehehe. Sehr ruhig so. So, jetzt noch den Bot. Ach, Top, ich meine. Bot, ja, Mann, Mann, Mann. Ja, Bot Lang war easy, ne? Boah, ist ehrlich, irgendwie. Fressen dieses Schwert. Angeritztemper hat er, okay. 0,96 habe ich. Ja, ist... Du bist ja Magier eher, also. Oh Gott, Norm, wirst du gerade gefickt da oben? Achso, du bist gar nicht. Ich bin hinter dir. Ja, aber ich sehe, ich weiß, ich sehe, was du meinst, auf jeden Fall. Aber die ficken trotzdem die zwei noch. Komm, wir gehen bitte. Erst mal ein Speer auf I. Komm. Gut, Schöpner. Gut, Schöpner. Loll. Oh Gott, nein! Hau mal. Hau mal nicht, lass. Heil mich! Nein! Hat er nicht mehr geschafft. Schade. Sonst wäre das eine richtig coole Aktion geworden. Jo, das wär mega, geil. Lol. Ja, mach. Mr. He ist zu mir gejumped, dann habe ich so'n Suchild auch bekommen. Ach, Lee. Ja. Ja. GG, well played. Boah, guck mal. Boah, guck mal. Elfte Simmage. So, Jungs. Das war's, ne? Hier. Runde. Victory. Easy peasy. Easy peasy, ne? Also. Bis zur nächsten Folge, ne? Hau da rein. Tschüss. Darauf hab ich noch gewartet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sanft.